Was ist, wenn wir dokumentieren könnten, was nach unserem Tod geschieht? Wovon redest du? Ich will, dass du mein Herz stoppst. Du wartest eine Minute, dann holst du mich zurück. Weg! Hast du ein helles Licht gesehen? Eher sowas wie reine Energie. Als wäre ihr Gehirn neu vernetzt. Ich will als Nächster. Ich bin die Nächste. Drei Minuten. Jamie hatte nur zwei. Wir sind ehrgeizig. Ein guter Tag zum Sterben. War das nur schön? Wie meinst du das? War da auch etwas Unheimliches? Ich glaube, ich allaziniere. Dieses Experiment muss sofort aufhören. Ich wusste nicht, dass Nebenwirkungen auftreten und uns verfolgen werden.